Hier wäre ich jetzt noch nicht drauf gekommen, ausgerechnet eine einem der besten Viertel in Berlin, aber die Bauweise ist ja auch besonders, die Straße zweit unterhalb der Häuser zum Teil. Genau, hier geht es los mit 0,2 µS. Hier geht es los mit 0,2 µS. Hier geht es los mit 0,2 µS. Und ein paar Meter weiter sind die Werte wieder super toll in Ordnung. Und ich komme von da.